hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen video ja ich war zwei tage am berg aber zu doof zum hallo sagen und dementsprechend mache ich das jetzt schnell von meiner wohnung aus also ich habe jetzt die kamera vorne am snowboard draufgeklebt und dann kann ich sie hier einfach anschalten mit einem klick und dann filmt die auch schon und da werden wir uns das gleich mal anschauen was sie so für bilder bringt oh man ich habe es echt schwer ich werde bombardiert so So, jetzt gibt es die Perspektive vom Helm aus. Mal sehen, wie es wird. Das Einsteigen in den Powderhang war schon mal schwieriger als gedacht, da der Wind den Schnee doch etwas weggeweht hat und die Felsen stärker als erwartet rausgeschaut haben. Aber als wir dann mal drin waren im Hang, war es umso geiler. Megamäßiger Schnee und das Mitte, Ende März. Also wirklich unglaublich, was der Petrus noch mal runterfallen hat lassen. Und auch die Aufnahme von der Insta360 GO 2, mega geil würde ich sagen. Also die ist wirklich unglaublich leicht und klein und das Wetter war halt einfach nicht besser. Aber die Bildqualität ist 1A. Ich würde keinen Unterschied zur GoPro sehen, wenn ich ehrlich bin. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr das seht. Wir sind offen für alles. Aber meine persönliche Meinung sieht so aus, derzeit zumindest. Wir werden die natürlich noch weiter benutzen und testen. Aber im Moment bin ich wirklich immer noch ultra begeistert. Und gut, über den Tag brauchen wir ja gar nicht reden. Wetter war zwar mies, aber Schnee eben umso besser. Und das sind einfach meine liebsten Bedingungen. Da dann nicht ganz so viel los ist im Gebiet. Und ups, was ist denn da passiert? Aber zum Glück nichts Schlimmes. Ein kleiner Abflug gehört auch mal dazu. Seht ihr das jetzt? Ui, ui, ui. Allererste Spuren. Mehr geht natürlich nicht als Freerider. Das ist halt jetzt wirklich mega cool mit dieser Insta360 GO auf dem Helm. Das spürt man nicht. Also die GoPro hat halt doch ein gewisses Gewicht. Und die Insta hat jetzt einfach gar keins. Also für mich ist das absolut göttlich. Und ich finde auch die Bildqualität echt gut. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr da einen großen Unterschied zwischen den Qualitäten merkt. Weil ich hätte jetzt gesagt, beim ersten Video, was wir gemacht haben, top zufrieden. Und halt einfach null Gewicht. Das ist so geil. Weil wenn ich die GoPro lange drauf habe, kriege ich manchmal fast ein bisschen Schädelgewicht. Mit der Insta360 auch. Mit der großen muss ich zugeben. Weil klar, die ist ungefähr gleich schnell wie die GoPro. Und jetzt mit dieser Insta360 GO, null. Also die merke ich einfach gar nicht. Und es ist total göttlich. Und das Geile ist, dass ich jetzt einfach hier, währenddessen wir warten, dass wir wieder zur Bahn kommen, ich schon mal die Videos rüberladen kann. Verbinden. Und dann rockt das Ganze auch schon. Die lachen mich aus. Und später heißt es dann, bin ich auch auf dem Video, bin ich auch auf dem Video. Die Augenzeit ist immer noch die wichtigste Zeit. Weil die Petra hat sich so viel Müll gegeben, gell? Also Salat, Schinken, Käse. Das habe ich mühevoll an der Tanzstelle erworben. War aber tatsächlich schwierig zu kriegen. Ich wollte nicht verstehen, was ich haben will. Aber die belegt selber. Mit Gurke. Genau. Manchmal toastet er auch. Manchmal telefoniert auch. Danke, ja. Du, 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 du. Hallo, du, hallo. Da schämt er sich wieder vor der Kamera. Normalerweise geht das ein bisschen energischer. Oh, was hast du denn jetzt? Bär. Manchin. Jetzt haben wir die Kamera an der Gondel oben angepinnt. Hier hatte ich dann auf einmal Formatprobleme. Eigentlich hätte das natürlich Querformat gehört. Eigentlich soll man das in der App ändern können. Ich war auf die Schnelle zu durch dafür. Geht aber bestimmt irgendwie. Ja, jetzt ist es halt so. Und jetzt haben wir sie hinten an den Rucksack dran geklepst. Das geht super schnell. Hoffentlich hebt es. So viel sei schon mal verraten. Es hat gehalten. Und ich finde besonders diese Aufnahmen sind mega, mega gut geworden. Ja, okay. Vielleicht feiere ich das auch so sehr, weil ich drauf bin. Meistens habe ich ja die Kamera drauf und bin eben dementsprechend eher weniger auf dem Bild. Aber ich bin wirklich mit der Sonne und der Gondel im Hintergrund, dem neuen Schnee, hammermäßig. Echt geil. Im Vergleich dazu jetzt wieder eine Aufnahme mit dem iPhone, dem allerneuesten iPhone, also dem iPhone 12 Pro. Ja, wie ihr seht, das Wetter ist halt einfach nicht besser. Und dementsprechend sind auch hier die Aufnahmen teilweise ein bisschen grisselig, sag ich mal. Da ist aber auch Nebel dazwischen und alles. Aber ich finde wirklich, also die Bildqualität ist bestechend von dieser Minikamera. Ja, wenn man nicht einsinken will, muss man manchmal krabbeln. Vor mir, hinter mir, überall wird gekrabbelt. Hier habt ihr jetzt nochmal Aufnahmen mit der Insta360 One X2. Das ist die 360 Grad Kamera und dementsprechend kann ich natürlich mich selber einblenden, nach hinten schwenken, nach vorne schwenken. Die ist aber einfach wieder deutlich größer und schwerer, macht auch richtig coole Aufnahmen, wie ich finde. Gibt ultra viele Optionen frei, was es natürlich umso spannender macht, aber ist nicht mehr so leicht und handlich. Aber jetzt haben wir darüber dann langsam auch genug verloren, würde ich sagen. Und genießen einfach noch ein bisschen die Abfahrt. Ja, ob wir wollen oder nicht, müssen wir jetzt hier rausschieben. Das ist mit dem Snowboard natürlich ein bisschen unpraktisch, aber schon so gut die geschafft. Das ist mit dem Snowboard. Das ist mit dem Snowboard. Das ist mit dem Snowboard. Jetzt hinschauen! Oh oh! Oh! Armin! Oh ja, eins noch, und zwar ist das jetzt die Time, naja, Vorspielfunktion quasi, der GoTo, die original verbaut ist. Wie heißt es jetzt nochmal? Nicht Timelapse, sondern Timeshift, glaube ich. Genau, ist relativ schnell, aber auf jeden Fall auch eine coole Option. Und zu guter Letzt dürft ihr uns jetzt noch beim Burgermachen beobachten. Allerdings kann ich euch schon sagen, das ist nicht ganz bis zum Ende gegangen, denn man kann auch so Zeitintervalle einstellen. Und ich habe eingestellt, dass sie nach 15 Minuten von selber abschaltet. Wer hätte damit gerechnet, dass wir so lange brauchen? Aber gut, es hat auf jeden Fall gigantisch geschmeckt und auch ausgesehen. Ja, schaut uns noch ein bisschen zu. Und ansonsten hoffen wir sehr, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt uns doch sehr gerne einen Daumen nach oben. Lasst uns gerne ein Abo da und schreibt uns was in die Kommentare. Darüber freuen wir uns auch immer sehr. Ansonsten wünschen wir euch alles Gute und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.